Damn Freunde, da sind wir mit der Nachbetrachtung zu UFC 307. An dieser Stelle natürlich Spoiler-Alarm und nur weil jetzt Alex Perler hier eingeblendet ist, heißt es nicht, dass er auch gewonnen haben muss, aber Spoiler-Alarm. Und jetzt kann ich sagen, ja natürlich hat er gewonnen, aber eins nach dem anderen, wir werden die Fights besprechen, wie immer, eingeschränktes Video- bzw. Bildmaterial, Copyright sitzt einem als YouTuber einfach hier extrem im Nacken, soll uns aber nicht davon abhalten, trotzdem über die Fights zu sprechen. Gab ein paar kontroverse Entscheidungen, war also insgesamt als Card würde ich auch nicht sagen der absolute Knaller, der Hauptkampf hat vielleicht für vieles entschädigt, was vorher gelaufen ist. Sprechen wir vielleicht erstmal über die Bonus-Awards, Fight of the Night, zu Recht Alex Perler gegen Kylie Roundtree Jr., wobei 50.000 da glaube ich noch nicht mal ausreichend sind. Performance of the Night, Joaquin Buckley, Ryan Spann hätte ich persönlich noch Kurt McGee mit reingeholt, aber gut, das ist ja sowieso ein leidiges Thema, dass nicht einfach jeder, der einen Finish holt, dann auch mit 50.000 extra belohnt wird. Ist so, ich glaube die UFC wird das in absehbarer Zukunft auch nicht überdenken. Wir sprechen über die einzelnen Fights, wie immer gibt es unten das Inhaltsverzeichnis, dass ihr zu den Fights springen könnt, die euch am meisten interessieren. Ich denke mal der Hauptkampf, der wird mit die meisten interessieren, die auf dieses Video geklickt haben. Also eins nach dem anderen, springen wir am besten mal direkt rein. Angefangen hat die Card bei den Fight Pass Prelimbs um, ich glaube 0.30 Uhr war es und ich habe tatsächlich sogar bis knapp 2.30 Uhr die erste Runde von Hernandez gegen Austin Hubbard, die habe ich mir noch angeguckt, dann bin ich auch schlafen gegangen und dann morgens habe ich dann wie immer, diesmal auch ohne gespoilert zu werden, das ganze Event, den Rest dann nachholen können. Kurt McGee gegen Tim Means, ich habe es vorher schon gesagt, in der Analyse oder in der Vorschau vom Matchmaking für mich eine richtig gute Nummer, da zwei Fighter, die alterstechnisch und ich glaube auch so ein bisschen im Stadion ihrer Karriere einfach sehr dicht beieinander liegen. Wir haben jemanden mit Tim Means, der eher seine Stärken im Striking hat, Kurt McGee eher im Grappling und das hat sich dann in diesem Fight auch so weit bestätigt, wobei ich sagen muss, Kurt McGee sah ganz gut aus im Stand, aber so ist es ja auch häufig, wenn du den Grappling-Vorteil einfach auf deiner Seite hast, hat schlussendlich den Fight dann auf dem Boden verlagert und dort mit einem, ich glaube nicht, dass es ein Rear Naked Choke war, ich glaube, es ging eher in Richtung Neck Crank und da hat Tim Means dann im Anschluss auch direkt auf seinen Nacken gezeigt, also wahnsinnig viel Kraft, die da aufgewandt wurde von Kurt McGee und in einem relativ kurzen Fight ein schönes Finish geholt. Gut zum Aufwärmen, gut zum Start, tolles Matchmaking, habe ich schon gesagt. Da habe ich noch gedacht, okay, die Kart, die könnte vielleicht wirklich von A bis Z voller Highlights sein. Aber dann kam ein Fight, der, ich bin ehrlich, jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Für Esparza tut es einem oder mir in dem Fall natürlich ein bisschen leid, es war ihr Ruhestands-Fight und als, ich glaube, zweifache Champion bei den Damen hätte man vielleicht mehr verdient, als bei den Prelims oder bei den Fight-Pass-Prelims dann in den Ruhestand zu gehen, weil die Arena war nicht ausverkauft. Auf der anderen Seite, es war jetzt nicht der Knaller-Fight, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein Fight, der wahrscheinlich auf der Main-Card auch zu Jubelstürmen oder für Jubelstürme irgendwie gesorgt hätte. Das erste Mal, dass, ich glaube, auch die Kommentatoren nicht so einverstanden gewesen sind, weil Tisha Pennington hat diesen Fight knapp für sich entschieden. Und was ich da auch ein bisschen mit zur Hilfe nehmen kann, einmal, auch das ist natürlich nur, sage ich mal, so ein grobes Meinungsbild, aber es spiegelt immer ganz gut wider für mich Wördikt, was halt viele der Zuschauer denken. Nicht jeder, der natürlich da abstimmen darf, ist irgendwie qualifiziert jetzt durch irgendwas, Punkterichter sein zu können oder whatever. Aber ich glaube schon, dass die meisten, die sich die Mühe machen, nicht alle, aber die meisten aus einem guten Grund dann ihre Stimme in die eine Richtung geben. Wird wahrscheinlich auch irgendwelche Fanboys geben, die sagen, ich stimme immer für meinen Fighter. Aber ich glaube jetzt gerade bei Esparza und Pennington in diesem Fall, wie viele Hardcore-Fanboys gibt es da, die jetzt das Ergebnis, wer weiß, wie krass manipulieren wollen. Und hier hat es einen Großteil halt so gesehen, erste Runde Esparza, zweite Runde Pennington, dritte Runde Esparza. Die Sache mit Takedowns ist halt immer, wenn wir uns insgesamt anschauen, Esparza hat mehr Treffer gelandet. Takedowns hat sie vier erzielt von sieben, siebenfünfzig Prozent, Wirkungstreffer 39 im Vergleich zu 80. Also Pennington hat die härteren, die deutlicheren Treffer erzielen können. Diese Statistik für den gesamten Fight, die verwässert natürlich immer ein bisschen, weil bei der UFC wird ja nicht im Ganzen bewertet, sondern immer Runde für Runde. Das heißt, du kannst streng genommen sogar in allen Statistiken vorne liegen, weil du die kracher dritte Runde hattest, wenn du die anderen zwei Runden verloren hast. Ja, dann ist es unwahrscheinlich, außer du hast jetzt eine 10 zu 8, dass du diesen Fight dann gewinnst. Aber wenn wir uns hier anschauen, erste Runde durch den Takedown, glaube ich, den hat die konnte Esparza, ich glaube, wann war es, lasst mich nicht lügen, hier bei 253, dann durch natürlich viel Top-Control, aber auch durchaus Ground and Pound, weil das ist für mich immer das Entscheidende. Ob am Käfig oder auf dem Boden, wie viel Schaden wird zusätzlich gemacht, wird auf eine Submission gearbeitet, wird versucht, die Position zu verbessern, dann zählt das für mich auch in dem Sinne. Natürlich zählt ein Takedown grundsätzlich auf den Punktekarten, aber dann habe ich auch das Gefühl, dort fand wirklich eine gewisse Form der Kontrolle statt. Runde 2, da gab es den Takedown, aber da gibt es deutlich mehr Treffer von Pannington auf der anderen Seite, trotzdem eine recht knappe Runde und Runde 3, auch da mehr Treffer, aber der Takedown. Reicht es dann, wenn wir uns anschauen, wenn man, ich glaube in Runde 3 war es auch relativ spät, den Fight dann noch auf den Boden bringt und ihn dort kontrolliert? Das erste Kriterium ist immer Schaden eigentlich für die Punkte Richter und in diesem Fall sollte dann immer der Wirkungstreffer etwas mehr zählen, als wenn ich jetzt einfach nur jemanden irgendwo auf dem Boden halte. Das Ganze ist aber nie komplett 100% eindeutig zu bewerten, weil wie viel Schaden macht jetzt wirklich der Treffer im Vergleich zu dann 3, 4, 5 Treffer auf dem Boden? Das ist nicht einfach, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch aus Sympathie, weil Ruhestands-Fight wäre ich wahrscheinlich auch, deswegen glaube ich auch, dass niemand komplett neutral sein kann, irgendwas ist immer mit dabei, dass man sagt, ach komm, Gönzi im letzten Fight auch nicht richtig, man sollte das neutral, man sollte das objektiv bewerten, egal ob letzter, erster Fight oder was auch immer. Ich kann mit dem Ergebnis leben, weil Pannington halt doch Schaden gemacht hat in Runde 2 und in Runde 3, aber ich hätte mich jetzt auch nicht dafür geschämt oder wenn jetzt Esparza diesen Sieg bekommen hätte, kann man mit Sicherheit auch vertreten. Fehlentscheidungen, da kann man drüber sprechen, Robbery, glaube ich, finde ich in diesem Fall als Begriff zu krass, dafür war es nicht eindeutig genug. Wenn jetzt alle 5 Runden so gelaufen wären mit, ich halte den Gegner und da passiert gar nichts, aber mein Gegner schafft auch nichts und der hat keine Wirkungstreffer im Stand, ja dann habe ich nur 15 Minuten Kontrollzeit, dann kann ich nicht dem Gegner die Runde geben. Aber wenn es so ein Hin und Her ist, manchmal nicht einfach, Punkterichter zu sein. Und nach diesem kleinen Up gab es dann doch wieder ein Auf mit Ryan Spann und Avance Sempreux, ich weiß nicht, ob ich das Kritik ausgesprochen habe, deswegen sage ich meistens OSP. 41 Jahre, ich sage trotzdem jung, wurde gut angeklingelt, mehrmals von Ryan Spann, der hier richtig on point einfach aussah, also richtig in the zone, sehr fokussiert, sehr diszipliniert auch gekämpft und ja, als er ihn angeklingelt hatte und OSP dann versucht hat, auf so einen Not-Takedown zu gehen oder irgendwie in den Clinch zu kommen, eine sehr, sehr enge Guillotine von Ryan Spann, scheint sowas wie der Trademark-Move von ihm zu sein, ähnlich wie der Van Flute-Joke von OSP. Schönes Finish. War dann wieder ein Fight, wo ich gedacht habe, oh, okay, geht dann vielleicht doch wieder in eine gute Richtung für mich, aber auch, als die Match-Ansetzung kam, natürlich kann das immer auch anders ausgehen, kann dann doch ein Stinker sein, aber ein Indiz dafür, dass ich geglaubt habe, das ist ein Fight, der soll wahrscheinlich auch die Fans aufwecken, weil da bin ich davon ausgegangen, beide Männer werden die Vollste fliegen lassen und wir werden hoffentlich und haben wir in diesem Fall auch einen Finish sehen. Springen wir auf die normalen Prelims und ein sehr, sehr bizarrer Fight zwischen Cesar Almeida und Iho Potiria überschattet natürlich, also grundsätzlich glaube ich, dass Almeida diesen Fight auch ohne diese ganze Kontroverse gewonnen hätte. Ja, ich glaube schon, dass gerade im Stand man gesehen hat, dass er einfach da die Nase vorn hatte gegen Potiria, also der jetzt nicht zwangsläufig sowas braucht, aber Regeln gibt es ja nicht ohne Grund und inwieweit Potiria doch beeinflusst war durch diese Eye-Pokes, wird nur er wissen, aber es ist ja nicht ohne Grund verboten, in die Augen zu greifen und wenn das einmal passiert und was ich sehr merkwürdig fand, war auch der Referee in diesem Fight, also wenn man viel über einen Referee spricht, ich glaube, das ist sportartenübergreifend, ist das immer ein schlechtes Zeichen und es gab einen Eye-Poke, der auch, also alle Eye-Pokes, da brauche ich auch jetzt, ist schwierig genau diese Stelle zu treffen, aber ich brauche da auch gar nicht nochmal in die Detailanalyse gehen, weil man in jeder Wiederholung wirklich gesehen hat, wie ein Finger im Auge war, ob der jetzt wirklich bis zum letzten Glied auch drin war, spielt gar nicht so die große Rolle, man hat aber immer gesehen, es ging irgendwo ins Auge und dass der Referee vielleicht nicht akzeptiert, dass ein Fighter von sich aus einen Break macht, dass er das machen muss, okay, verständlich, aber dann gab es auch noch so einen Low-Blow, also einen Tiefschlag und dann wurde der Fight erst unterbrochen und es hat sich so fortgeführt mit den Eye-Pokes, also korrigiert mich, drei oder vier insgesamt, die es in diesem Fight gab an Eye-Pokes und das ist deutlich zu viel. Also bei einem würde ich noch sagen, wobei ich eigentlich auch ein Verfechter dafür bin, das strikter zu bestrafen, damit die Fighter sich einfach das abgewöhnen mit den Fingern irgendwie. Ich meine, das ist ja erlaubt, das ist nicht erlaubt, aber dann einfach häufiger die Finger zur Faust machen. Spätestens beim zweiten Mal musste aber ein Punkteabzug her und beim dritten Mal würde ich erneut einen Punkt abziehen und dann kann dieser Fight natürlich extrem anders einfach ausgehen. Also einfach nur durch die, hier sehen wir auch, also das ist ein ganz klarer Eye-Poke. Und dann haben wir vielleicht eine Runde, die eigentlich Almeda 10 zu 9 gewonnen hätte. Durch den Punkteabzug ist es 9 zu 9. Wenn es noch einen Punkteabzug gibt, ist es dann eine 9 zu 8 Runde. Das hätte die Sache dann schon einiges interessanter gestaltet. Zusätzlich dazu gab es dann in Runde 3 auch noch die Situation, dass der Referee unglaublich schnell dazwischen gegangen ist. Also hier gab es auch, hier war ja in der Full-Mount, hat Ground & Pound gemacht. Also nach den Punkten hat Almeda für mich diesen Fight definitiv gewonnen und auch ein paar Fortschritte gezeigt. Aber ich kann halt nicht ausblenden, dass er die Regeln auch gebrochen hat. An sehr, sehr vielen Stellen und gegen Ende, als Boteri ja quasi immer in die Clinch-Situation reingegangen ist, dass man, das haben wir in anderen Fights auch noch, oder werden wir auch noch besprechen, dass man jemanden jetzt nicht ausruhen lässt in dieser Clinch-Situation. Verstehe ich. Dass man dann im Fight dazu sagt, hey komm, du musst arbeiten, Positionen verbessern, Schläge anbringen, irgendwas. Aber das waren ja teilweise 3-4 Sekunden und da wurde die Situation sofort wieder aufgelöst. Selbst als Boteri ja irgendwie versucht hat, die Hände zu greifen, vielleicht die Hände zusammenzuschließen, irgendwas zu machen, ein Ticken zu früh. Aber auch hier darf man wahrscheinlich nicht so subjektiv an die Sache rangehen. Bei José Aldo später, da hätten sich wahrscheinlich viele Fans auch gewünscht, dass das noch früher passiert wäre, bei Bautista das zu trennen. Da kann man jetzt auch nicht so eine Entscheidung fällen, weil man jetzt vielleicht José Aldo sympathischer findet oder als Legende mehr schätzt als jetzt ein Boteri. Da muss gleiches Recht irgendwo für alle gelten. Hier war es aber wirklich für mich ein Ticken zu früh, dass der Referee immer dazwischen gegangen ist. Das hat mit Sicherheit auch Boteri ja dann noch zusätzlich ein bisschen demoralisiert. Schlussendlich hat er ein bisschen zu wenig gemacht, um diesen Fight zu gewinnen. Aber allein durch diese Eye-Poke-Nummer hätte das unentschieden sein müssen oder irgendwann hätte man den Fight dann auch abbrechen müssen, wenn so oft ins Auge gegriffen wird. Also da hat der Referee für mich hier keine glückliche Figur gemacht. Nächster Fight im Leichtgewicht. Austin Harbert gegen Alexander Hernandez. Gibt jetzt nicht über jeden Fight auch in epischer Wannbreite irgendwas zu sagen. Ich will es nicht überstrapazieren. Guter Fight. Für mich die ersten beiden Runden gegen Alexander Hernandez. Take-Down-Verteidigung sah richtig gut aus. Gegen Ende. Die Höhenmeter natürlich muss ich die auch hier wieder erwähnen in Utah Salt Lake City, aber haben für mich auf dieser Kart jetzt nicht ganz diesen Impact hinterlassen wie vielleicht auf früheren Karts. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass Fighter das einfach realisiert haben und sich da angepasst haben und ihr Training ein Stück weit angepasst haben oder einfach früher vor Ort gewesen sind. In Runde drei Hernandez ein bisschen die Luft ausgegangen. Da gab es teilweise auch einen richtig schönen offenen Schlagabtausch zwischen beiden Fightern, aber ersten beiden habe ich Hernandez vorne gesehen. Austin Harbert hätte ich die dritte vielleicht gegeben. Knappe Nummer, aber für mich mit Hernandez den richtigen Sieger. Hat Spaß gemacht. Ein Fight, den man so gefühlt auf jede Kart packen kann. Ist das ein Fight vielleicht eher für eine Fight Night und nicht für ein Pay-Per-View? Ja, aber ein spaßiger, guter MMA-Fight mit allen Facetten war das nichtsdestotrotz. Weiter ging es mit den Damen. Rodriguez gegen Lucindo, 22 gegen 37 Jahre alt. Auch hier, glaube ich, hatten Joe Rogan und Konsorten so ein bisschen was zu meckern. Striker Rodriguez gegen Lucindo, die jetzt würde ich nicht rein als Grapplerin bezeichnen, aber hier schon versucht hat an einigen Stellen einfach ihren Vorteil auf dem Boden zu suchen, den Fight auf dem Boden zu verlagern. Nicht super spektakulär, nicht viele Highlights gewesen. In diesem Fight der ein oder andere Treffer im Stand. Dann natürlich hier sehr viel Zeit auf dem Boden, aber da auch, wenn du so viel in dieser Half-Guard verbringst, ohne jetzt signifikant Treffer zu machen. Und das hat sie hier sehr, sehr häufig gemacht mit dem Kinn. Und da hat dann der Referee Mark Goddard, war es glaube ich, ihr irgendwann auch den Zahn gezogen. Ich glaube, hier sehen wir an einigen Stellen, wie sie immer versucht hat, ihr Kinn, ja gut, wenn es jetzt irgendwo der Wangenbereich oder sowas ist, nicht verboten, aber als es dann in die Augenhöhle reinging, hat Mark Goddard die Situation dann auch aufgelöst und beide wieder auf die Beine gestellt. Da eine Verwarnung dann auch ausgesprochen, hat sie nicht ganz verstanden, hat dann nochmal den Übersetzer mit reingeholt. Und ja, auch eine Sache, da wirst du dir wahrscheinlich beim Training im Gym keine Freunde mitmachen, wenn du das jetzt machst. Also es gibt einige Sachen, ja, die sind erlaubt. Vielleicht eher so ein bisschen unschön gesehen. Aber hier gab es halt sehr viel Kontrollzeit einfach von Lucindo. Die Frage ist immer, was macht sie draus und wenn dann auch noch so ein paar schmutzige Sachen. Was heißt schmutzige Sachen? Wenn man sich an den Grenzen so ein bisschen bewegt und die dann teilweise überschreitet, wenn das Kinn dann wirklich in die Augenhöhle reingeht. Es ist unschön, das so zu machen, aber Rodriguez auch dann zu wenig, zu spät vielleicht gemacht. Also ich habe hier auch Lucindo ehrlich gesagt über die Punkte als Siegerin gesehen. Aber auch das war jetzt kein Fight, der die größte Robbery aller Zeiten war, wenn jetzt Rodriguez irgendwie gewonnen hätte. Runde 1 kann man mit Sicherheit argumentieren, ihr zu geben. Bis zu diesem Takedown-Versuch. Runde 3 hat sie dann auch nochmal gegen Ende ein bisschen Gas gegeben, aber gut, für die Punkte riecht ja zu wenig. Ich kann nicht mitleben. Wonderboy, Everybody's Darling, Nicest Motherfucker, 41 Jahre und der Mann sah super aus gegen Buckley. Der hatte große Probleme, die Distanz zu schließen und für mich war Wonderboy auf einem guten Weg, diesen Fight für sich zu gestalten. Auch hier gab es einiges am Käfig halten. Das hat für mich Mike Beltran hier aber gut gemacht, hat immer wieder aufgefordert zu arbeiten und wirklich erst, wenn längere Zeit nichts passiert ist, dann irgendwo dazwischen gegangen. Das ist für mich gute Referee-Arbeit, da den Druck durchaus aufzubauen, den Fightern ganz klar zu sagen, du musst mehr machen, als nur jetzt irgendwie Hämmerfists auf den Oberschenkel oder Footstorms und da zu halten, ich will dich arbeiten sehen. Und wenn nach zweimaliger, dreimaliger Auffassung nicht passiert, dann die Situation halt aufzulösen. Wonderboy sah gut aus, sah knackig aus. Gute, auch laterale, also Links- und Rechtsbewegungen, sich immer wieder rausmanövriert aus den Situationen. Und selbst wenn er auf dem Boden war, gut mit dem Käfig gearbeitet und sich mit einem Wallwalk wieder nach oben gearbeitet. Also Wonderboy sah gut aus. Buckley hat ihn aber das eine oder andere Mal gut erwischt, wurde allerdings selber auch gut erwischt. Auch hier möchte ich euch jetzt das Meinungsbild nicht vorenthalten. Die ersten zwei Runden wurden 1-1 bewertet. Und ich hätte auch Runde 2 Tendenz eher Richtung Wonderboy gegeben. Das ist manchmal mit dem Subjektiv, wie man einen Fight bewertet. Aber dann gab es halt so a la Mike Tyson Classic einen eingesprungenen rechten Haken von Buckley. Hier habe ich zufällig gut diesen Punkt genau getroffen. Ja und der hat Wonderboy dann einfach zu Boden geschickt. Also so angeklingelt. Da gab es noch ein bisschen Ground and Pound hinterher. Sehr bitter natürlich für Wonderboy, Whiteman, der auch mit der Frau von Wonderboy verheiratet, der im Publikum saß und das mit Sicherheit auch nicht gern gesehen hat. Aber gut, ein Fehler und gerade gegen so einen explosiven, guten Fighter wie Buckley. Für Wonderboy ärgerlich, weil er gut ausgesehen hat. Aber das sind mit Sicherheit auch einfach die Probleme irgendwann des Alters. Vor 5, 6 Jahren hättest du den Treffer vielleicht eingesteckt und hättest irgendwie dich noch über die Runde gerettet und hättest dann vielleicht auf den Scorecards gewonnen oder verloren, was auch immer. Aber wärst du zumindest über die volle Distanz gegangen. Mit 41 nimmst du halt so einen Treffer dann vielleicht nicht mehr hin. Ärgerlich für ihn. Aber Buckleys Weg geht weiter nach oben, auch wenn er hier an den einen oder anderen Stellen Probleme hat. Aber er entwickelt sich wirklich zu einem Fighter, der für die Striker durch sein Grappling ein Problem sein kann und für die Grappler durch seine Explosivität und sein Striking ein Problem sein kann. Mal schauen, wie weit ihm das im Weltergewicht noch bringen wird. Katelyn Vieira gegen Kayla Harrison. Kein schöner Fight, will ich auch nicht um den heißen Brei herumreden. Harrison für mich aber den Fight klar gewonnen. Sie hatte Probleme in diesem Kampf, weil, das haben die Kommentatoren für mich auch schön auf den Punkt gebracht, Katelyn Vieira halt sehr, sehr defensiv gekämpft hat. Gerade am Käfig, also sie hat es durchaus geschafft, auch Harrison ein bisschen in der Mitte des Käfigs zu halten. Aber immer dann, wenn Harrison natürlich nach vorne gegangen ist, in die Klings-Situation gekommen ist, hat man gesehen, die Frau ist einfach mit ihrem Judo extrem gefährlich, extrem körperlich auch robust. Aber, dass sie auch nicht unbezwingbar ist. Im Stand nicht so poliert wie vielleicht andere Fighter. Die Frage ist halt immer, wer ist aktuell bei den Damen anwesend, um das eventuell zu bestrafen. Wenn ich mir vorstelle, ein Fünf-Runden-Fight und dann geht es vielleicht gegen Amanda Nunes, gegen Chris Cyborg oder meinetwegen Ronda Rousey in ihrer Prime, da könnte ich mir vorstellen, dass Katelyn Harrison durchaus Probleme bekommen würde. Den großen Vorteil, den sie für mich gegenüber Ronda hat, sie ist nicht so naiv zu glauben, ihr Striking wäre jetzt das Beste in der Division. Oder keiner erzählt ihr das zumindest. Das wäre das Beste in der Division. Sie kennt ihre Stärken. Sie weiß, dass ihre Stärken körperlich, also im Clinch sind, mit roher Kraft, natürlich auch mit Technik. Zu wenig von Vieira, um diesen Fight zu gewinnen. Sie hat genug gemacht, um quasi zu überleben. Hier und da vielleicht der eine oder andere Low-Kick, wobei das Harrison auch richtig gut gemacht hat mit den Low-Kicks. Aber zu wenig. Auch an Power. Sie hat zwar Harrison das eine oder andere Mal doch getroffen, aber da war einfach zu wenig Knall, zu wenig Wumms hinter, um diesen Fight dann für sich zu entscheiden. Harrison hat jetzt nicht geglänzt, aber es ist manchmal auch schwierig, wenn dein Gegner sich hauptsächlich nur noch darauf fokussiert, ich versuche nur zu verhindern, zu verlieren oder auf den Boden zu geraten. Dann ist es auch manchmal sehr schwer zu glänzen. Nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber Kelly Harrison wird wahrscheinlich als Nächste bei den Damen einen Title-Shot bekommen. Gewicht hat sie auch wieder geschafft, sah körperlich auch gut aus im Käfig. Ich denke, es wird keinen Weg daran vorbeiführen, dass sie gegen Pena kämpfen wird. Wobei, ein kleines Fragezeichen würde ich dahinter stellen. Vielleicht gibt es ja einen Rückkampf. Aber wir sprechen mal drüber, wenn wir über den Co-Main-Event sprechen. Roman Dolizze gegen Kevin Holland. Ein Fight, wo ich ja vorher gesagt habe, so viel Relevanz hat die ganze Nummer nicht fürs Mittelgewicht. Dolizze ist jetzt zumindest wieder auf die Siegerstraße gekommen. Sah auch ganz gut aus. Also war ein vernünftiger Fight. Kevin Holland wirkte auf mich an einigen Punkten wieder etwas aggressiver als in früheren Fights. Hat wieder versucht, richtig gute Treffer zu landen. Schlussendlich hier auch wieder das Ringen, Grappling, der Takedown. Die Achillesferse. Joe Rogan hat das für mich, wobei Joe Rogan, wenn ihr in Zukunft darauf achtet, das ist grundsätzlich der Spruch, den er eigentlich bringt. Sobald jemand aus dieser Full-Guard-Position in so ein Body-Triangle geht, die Füße also so zusammen macht, spricht Joe Rogan als erstes immer über eine rein defensive Position. Damit hat er natürlich recht, aber dass er blind. Jedes Mal, wenn jemand diesen Move macht, versucht man darauf zu achten, wird Joe Rogan sagen, sehr defensive Position. Ich meine, ist es natürlich auch. Was kannst du da schon großartig machen? Du kannst nicht aktiv jemanden dort sweepen. Submissions sind sehr, sehr limitiert aus dieser Position. Nicht unmöglich, aber alles, wo du auch die Beine einsetzt, kannst du dann schon mal erst mal knicken, außer du öffnest das relativ schnell. Also Kevin Oland wollte wahrscheinlich ohne größeren Schaden in dieser Position verweilen und schlussendlich war es eine Rippenverletzung. Hat Kevin Oland hier, also Joe Rogan hat hier noch spekuliert, ob es einfach nur das Knie gegen Skin gegen den Kopf gewesen ist. Aber ich meine, es ist ja auch nicht verboten, das Knie auf dem Kopf abzulegen. Du darfst keinen aktiven Treffer ausführen, aber das Knie jetzt auf den Kopf mit Druck auszuüben, um meinetwegen dann einen Armbau oder irgendwas, einen Positionswechsel zu holen, das ist ja nicht verboten. Die Rippe. Scheinbar ist gebrochen, rausgerutscht, was auch immer. Ich habe gesehen, Conor McGregor hat sich darüber aufgeregt und Kevin Oland, den er zwar als Veteranen bezeichnet hat, aber dazu aufgefordert, er hätte doch lieber nochmal in die nächste Runde reingehen sollen. Der Coach hat ihm die Frage gestellt, Kevin, wie sieht es aus? Kannst du oder nicht? Da hat, ich glaube, DC gesagt, das sollte der Coach hier nicht fragen. Er sollte die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist schwierig, weil nur Kevin Oland ja weiß, wie fühlt sich jetzt meine Rippe an. Und wenn er jetzt wirklich wüsste, ich meine, McGregor hat gesagt, versuch es doch einfach. Kämpf, geh in die zweite Runde. Wenn du dann merkst, geht nicht, kannst du immer noch das Handtuch schmeißen. Aber nicht vorab aufzugeben. Schwierig, das jetzt für mich als andere Person zu beurteilen, ob Kevin Oland da sich hätte durchkämpfen können oder es nochmal hätte probieren sollen. Man kann es natürlich probieren. Die Frage ist auch, ob Doliz da wartet oder ob er sofort mit einem eingesprungenen Double-Leg-Takedown oder mit einem Kick irgendwie reinkommt und den Schaden noch verschlimmert. Natürlich kann man es versuchen, aber wenn Kevin Oland da jetzt wirklich gemerkt hat, geht nicht. Also ich merke, es ist was gebrochen oder so rausgerutscht. Das kann man jetzt nicht kurzfristig irgendwie wieder einrenken. Und gerade die Rippe, also wer vielleicht schon mal eine Rippenprellung hat, ob atmen, ob drehen, da nervt ja alles oder tut alles weh, würde ich persönlich jetzt keinen Vorwurf in Richtung Kevin Oland raushauen. Der hat so viel Erfahrung, so viele Fights. Ich denke, dass er ganz gut einschätzen kann, ob da noch was ging oder nicht. Hätte er versucht, weiter zu kämpfen, wenn es jetzt ein Hauptkampf, Titelkampf ist und wer weiß, wie viele Millionen gucken drauf. Vielleicht, auch das möchte ich mir jetzt nicht so in den Mund legen, aber gut möglich, kann ich mir vorstellen. So hat er gesagt, okay, komm, wir verarzten uns, um an einem anderen Tag dann weiter zu kämpfen. Jose Aldo Junior gegen Mario Bautista, 38 gegen 31. Jose Aldo, ich weiß nicht, ob offiziell irgendwas als Takedown-Versuch, schauen wir vielleicht mal auf, die Statistik gewertet worden ist. Ich glaube, gegen Ende hat er ihn das eine oder andere Mal zumindest aufs Knie bekommen, ohne aber da großartig Kontrollzahlen. Aber nein, wurde generell kein 0 von 10 Takedown-Versuchen, also das hält weiterhin im Stand. Die sehr, sehr gute Takedown-Verteidigung von Jose Aldo ist immer noch da. Gucken wir mal ganz kurz, wie hat denn das Internet hier abgestimmt. Erste Runde für Bautista, zweite und auch dritte Runde für Jose Aldo. So sehr ich es Jose Aldo gönnen würde, sehr, sehr schwierig bei diesem Fight. Also rein von den Statistiken, Runde 1, glaube ich, relativ eindeutig auch von der Trefferanzahl ging in Richtung Bautista. Ich glaube, da hat Jose Aldo dann auch gemerkt, der muss noch eine Schippe drauflegen. Runde 2, die Treffer dann schon ein bisschen ausgeglichener, mehr Wirkungstreffer für Aldo. Wie war es in der ersten Runde? Ja, da mehr Wirkungstreffer für Bautista, wobei auch die Frage ist, wie wird es genau gezählt? Wer zählt? Wird eine KI verwendet, um das zu zählen? Das kann ich euch auch nicht beantworten. Und dritte Runde halt fast gleich auf, aber mehr Wirkungstreffer für Jose Aldo. Rein von der Statistik her würde ich sagen, kann man vielleicht so machen, Jose Aldo diesen Fight zu geben, kann man aber auch so machen, indem man Bautista den Fight gibt. Die Frage ist, wie viel Gewicht gibt man den Einheiten hier am Käfig? Also wenn er ihn da so hält und kaum irgendwas macht. Und ich glaube, es war in diesem Fight, dass Beltran auch getrennt hat und mehr dazwischen gegangen ist. Nicht in dem Fight, über den ich gerade gesprochen habe. Jose Aldo hat an einigen Punkten gemerkt, dass er mehr Gas geben muss und ist dann auch viel offensiver geworden, viel mehr aus sich rausgegangen. Das hat er in der Vergangenheit an einigen Stellen einfach nicht gemacht. Da hat er gegen Merab zum Beispiel viel zu lange diese Situation akzeptiert. Weil immer wenn es diese Situation gab, hat Jose Aldo sehr, sehr gute Treffer gelandet. Mit seinem Jab. Schaden war definitiv auch auf seiner Seite. Ich glaube, im rechten Auge hatte Bautista einen Cut. Und Schaden ist nun mal das allererste Kriterium. Und wenn du wirklich, also wenn die größten Momente, die du hast, diese sind und ansonsten ist das Striking mehr auf und dein Gegner hat zumindest mehr Schaden gemacht, auch optisch, schwierig auch Bautista jetzt immer dann zwei oder gar sogar drei Runden zu geben. Ich denke, es wird viel auf Runde drei hinauslaufen, wo Jose Aldo vielleicht ein bisschen zu spät nochmal in die Offensive gegangen ist. Aber hier sehen wir, da gab es auch Striking quasi die ersten zwei Minuten, da gab es die erste Clinch-Situation und Bautista hat einfach nichts draus gemacht. Wirklich nichts draus gemacht. Wenn das Striking jetzt komplett gleich auf ist und das war sehr, sehr ähnlich, aber wir sehen hier die Wirkungstreffer, also mehr Schaden, denke ich mal, hat man auch gesehen, hat Jose Aldo verursacht. Meine Tendenz wäre da auch zu Aldo gegangen, ihm die dritte Runde zu geben. Aber es sieht natürlich nicht gut für ihn aus. Also natürlich muss er versuchen, aus dieser Situation rauszukommen, aber wenn der Referee hier auch quasi das Ganze trennt wegen Inaktivität und dann geht der erste Griff wieder direkt die Hände zusammen und an den Schoß von Jose Aldo. Ich verstehe die Buchrufe von den Fans, dass die damit nicht zufrieden waren. Bautista hat das gemacht, was er für sich gedacht hat, das Beste ist, um diesen Fight einfach nur zu gewinnen. Aber damit sprintest du jetzt natürlich nicht die Rankings hoch. Für Jose Aldo habe ich das Gefühl, wird das eher so ein Fight sein, wie damals gegen Magic Malo Morales, den er zwar verliert, der aber, falls er noch jetzt wirklich vor hat, lange weiterzumachen und noch einen kleinen Lauf starten möchte, ihn jetzt nicht abhalten wird. Also es würde mich nicht wundern, wenn in den Rankings Jose Aldo als nächstes den höheren Fight bekommt als Mario Bautista nach diesem Fight. Es war eine knappe Nummer, da wirklich von einer Robbery zu sprechen, ist sehr, sehr schwierig. Aber Schaden ist das erste Kriterium. Und deswegen, wenn man mich jetzt auch darauf festnageln würde, hätte ich auch das Gefühl gehabt, die Zahlen geben es wieder, dass man Jose Aldo diesen Fight doch knapp, aber ja, hätte als Sieger geben können. Co-Main-Event und ich habe vorhin gesagt, Kelly Harrison ist wahrscheinlich als nächstes an der Reihe. Sie wurde ja eingeblendet bei der Ansprache von Peña, die Amanda Nunes nochmal herausgefordert hat, dass die wiederkommt. Ich glaube, Nunes spart sich das wirklich auf, bis vielleicht wirklich Kelly Harrison Champion ist. Da könnte man einen richtig großen Fight draus machen. Eventuell gibt es ja hier einen Rückkampf, weil es doch eine etwas strittige, eine etwas kontroverse Entscheidung gewesen ist. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, ich glaube, viele andere Champions würden dann einen Rückkampf bekommen. Ob die UFC jetzt hier einfach sagt, lukrativer und vielleicht aufregender wird ein Fight, wenn wir jetzt Harrison da reinpushen. Aufregender weiß ich noch nicht mal unbedingt, aber einfach ein bisschen vielleicht medienwirksamer. Und deswegen kriegt Pennington den Fight nicht, kann ich mir vorstellen. Aber bei so einem knappen Fight kann man natürlich auch über einen Rückkampf nachdenken. Ich glaube, dass es hier auf Runde 1 und vielleicht Runde 3 ankommen wird. Wenn wir uns auch hier die Zahlen mit reinnehmen. Ich glaube, die letzten beiden Runden, da sind sich auch viele einig. Gehen wir nochmal kurz auf Verdict und schauen hier drauf. Die gingen an Peña. Auch an Peña, an Paniken. Recht eindeutig. Runde 2 und Runde 3 dafür an Peña. Runde 1 ist hier so ein bisschen das Zünglein an der Waage, in welche Richtung schlägt das Pendel. Und wenn wir uns dann einfach nur davon die Statistik anschauen, keine Takedowns, aber deutlich mehr Treffer für, auch Wirkungstreffer für Peña. Und ganz ehrlich, habe ich ähnlich gesehen. Ich hatte hier auch das Gefühl, das ist mir an 2-3 Stellen aufgefallen. Ich unterstelle da jetzt nicht irgendwie John Ennick oder irgendjemanden, dass er da voreingenommen ist. Wie gesagt, 100% neutral, das gelingt eigentlich keinem. Aber beide Frauen landen einen Treffer und Ennick hat 2-3 Mal einfach nur, oh, guter Treffer vom Champion, oh, schöne Linke vom Champion, ohne so richtig für mich Peñas Arbeit auch irgendwo zu sehen oder zu erwähnen. Und das sage ich jetzt nur, weil sowas kann natürlich ein Stück weit beeinflussen, vielleicht Zuschauer beeinflussen, Punkte richten, je nachdem, wie weit die eventuell weg sitzen. Also nicht immer nur auf die Kommentatoren hören, auch durchaus ein bisschen skeptisch reinschauen, was passiert denn da eigentlich. Und es war eine sehr, sehr knappe Runde, wo Peña knapp etwas mehr Treffer landen konnte. Hat einen richtigen Wirkungstreffer habe ich jetzt auf beiden Seiten nicht gesehen. Und also was ich jetzt eigentlich sagen will, ich glaube, bei den anderen Runden, die könnte man natürlich auch jetzt nochmal Stück für Stück so analysieren, mache ich nicht. Es war jetzt auch nicht ein super, schöner Fight, wo ich jetzt sage, boah, da wünsche ich mir sofort noch eine sechste Runde oder nochmal fünf und wir haben den Rückkampf nächste Woche. Aber ich glaube, auf die Runde eins kann man es runterbrechen, weil Runde zwei und drei Peña, Runde vier und fünf Paniken und Runde eins war so knapp, ohne wirkliche Highlights. Also meine Frage ist dann, wie kann man dann hier auch von einer Robbery sprechen, von einer Unverschämtheit? Das ist dann auch Auslegungssache, empfinde ich, dass der Jab mehr Schaden gemacht hat als diese Overhand oder dieser andere Jab von Peña. Wenn ja, geht meine Richtung dahin, wenn nein, geht meine andere Richtung dahin. Sehr, sehr knapp und ich persönlich hätte auch in Runde eins hier Peña knapp vorne gesehen. Also ich konnte mit dieser Decision leben, auch wenn Paniken natürlich in den berühmten Championship Rounds ordentlich nochmal nicht davon galoppiert ist, aber schon das Ruder rumgerissen hat, vielleicht einen Ticken zu spät, da hätte sie ein bisschen früher vielleicht aufwachen sollen. Hauptkampf. Alex Peder gegen Khalil, Roundtree Jr. Spaßiger Fight, Fight of the Night, hat für mich sehr viel Spaß gemacht. Vorab beim Kampf hatte ich irgendwie bei beiden Männern das Gefühl, dass beide nicht bei 100% sind. Bei Roundtree Jr. habe ich im Anschluss jetzt noch nichts gehört, der am Ende auch wirklich aussah, als hat er gerade einen Besuch beim Metzger hinter sich. Aber da hat mich gewundert, wie wenig er getreten hat im Fight. Und auch gerade diese Oblique-Kicks kamen so gut wie gar nicht. Also einige Sachen, die mich gewundert haben in diesem Fight, von der Strategie auch, aber sehr wenig Kicks von Roundtree Jr. Sehr wenig Versuche auch in den Infight zu kommen, dann mit Ellbogen, mit seinem Muaytada irgendwie zu glänzen. Gut, natürlich schwierig, wenn dein Gegner so viel größer ist, da zu arbeiten, dann auch mit Knien zu arbeiten, aber das hat mich ein bisschen verwundert. Alex Prader hat ja im Anschluss, wird jetzt der ein oder andere als Ausrede irgendwie hinnehmen, aber ich sage, also was hat Alex Prader bisher gemacht in seiner UFC-Karriere von dem, was wir von ihm gesehen haben, man kennt ja die Person nicht, aber dass er als unehrlich rüberkommen würde, von Antibiotikum, also mit Fieber, eine Bänderverletzung. Ich glaube, das hat man ihm an einigen Punkten auch ein bisschen angemerkt, dass er vielleicht ein bisschen wackeliger war als bei seinen anderen Auftritten im Halbschwergewicht. Roundtree Jr. hat es definitiv geschafft, den Fight zu Alex Prader zu bringen. Was mich gewundert hat, weil ich nicht so damit gerechnet habe, ist, dass Alex Prader sehr, sehr offensiv sofort rauskam. Er stürmte fast auf Roundtree Jr. sofort zu. Als Strategie kann ich mir vorstellen, dass es dem Team von Alex Prader und ihm sehr, sehr wichtig gewesen ist und was er auch über weite Strecken sehr gut geschafft hat, die Mitte des Oktagons für sich zu beanspruchen. Sich also selber nicht irgendwo hinten festsetzen zu lassen, weil sehr, sehr häufig, wenn Roundtree Jr. dieses geblitzt hat, also plötzlich nach vorne gekommen ist, kamen da zwei, drei Treffer durch. Und ich denke, Alex Prader hätte große Probleme bekommen, wenn er festgesetzt worden wäre am Käfig, also nicht den Raum gehabt hätte, zu entkommen. Oder wenn Roundtree Jr. das Ganze strategisch so geplant hätte, dass er diesen Blitz ein bisschen antäuscht, ein, zwei, und dann nochmal explodiert wäre und dann nochmal hinterhergegangen wäre. Weil ich glaube, mit ein paar Folgetreffern mehr hätte Alex Prader hier durchaus auf Schlittschuhe draufstellen können. Hat er ja auch an einigen Stellen geschafft. Grundsätzlich war das wirklich ein guter Fight. Alex Prader, ich glaube, ein bisschen zum Albtraum seines Teams, hätte er mehr nur mit dem linken Lowkick und mit dem Jab gearbeitet, wäre das vielleicht nicht so ein aufregender Fight geworden, aber er hätte sich deutlich weniger in brenzlige Situationen gebracht. Fast jedes Mal, wenn er auch den Highkick angebracht hat, gab es einen richtig guten Konter von Roundtree Jr. auf der anderen Seite. Gegen die Lowkicks hat Roundtree Jr. aber kein wirkliches Mittel gefunden. Hat es nicht geschafft, dort, auch wenn die manchmal ein bisschen vorhersehbar waren, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube auch John Ennick, es gab häufig die Kombination Highkick und danach halt der Lowkick. Das hat Roundtree Jr. nicht geschafft, irgendwie großartig zu blocken und er war durchaus eingeschränkt dann durch diese vielen Treffer. Konnte aber trotzdem immer wieder dafür sorgen, dass Alex Prater ihn definitiv respektiert hat, also hat Roundtree Jr. hat einen richtig guten Job gemacht. Und auch wenn nicht, Alex mit seiner gesamten Geschichte, jeder von uns hat ja nur ein Leben und da die Geschichte zu schreiben oder tolle Sachen zu erreichen, wenn man sich jetzt selber mal außen vornimmt, ich finde das großartig, wenn Menschen sowas erreichen, wenn Menschen so eine Geschichte schreiben, weil es natürlich andere motivieren kann, aber einfach nur für einen selber. Wenn so eine tolle Geschichte abläuft, kann ich einfach nur sagen, boah, Hut ab geil, dass man das dann auch so aus erster Reihe quasi beobachten kann. Bei Roundtree Jr. schade, ohne jetzt was gegen Alex Prater zu haben, aber schade, dass seine Geschichte hier nicht gekrönt wurde, weil ich glaube, das war schon so ein bisschen der Underdog, nicht jetzt vielleicht der ultimative Underdog, aber Alex Prater auch körperlich sehr beeindruckend mit seiner Präsenz. Roundtree Jr. kam glaube ich auch mit, ich glaube, das wird häufig verwechselt, das war nicht Spiel mir das Lied vom Tod, sondern das war The Good, The Bad und The Ugly, mit der er reingekommen ist mit der Melodie. Korrigiert mich jetzt gerne, wenn ihr da mehr Filmwissen habt, als ich, wenn das falsch sein sollte, aber ich meine, das war so, kam also nicht mit der Spiel mir das Lied vom Tod Melodie rein, das ist eine andere, aber auch cooler, war ein Marsch, Alex Prater, sein Einmarsch, natürlich muss ich gar nichts mehr drüber erzählen. Mit zunehmender Kampfdauer schien bei Roundtree Jr. dann die Luft ein bisschen raus zu sein und Alex Prater hat, also das definitiv sehr stark von ihm, dass er da nicht vom Gaspedal runtergegangen ist und eine richtig starke dritte Runde hatte er dann, wo er richtig gut zurückgekommen ist, nachdem er auch angeklingelt wurde bei einer Drehung, da wurde er ein bisschen zu gierig, ich glaube, das war ein Question Mark Kick und bei der Drehung wurde er dann erwischt und das sind häufig die Momente, hier sehen wir es, wo du Alex gut erwischen kannst und da ist er auch einmal kurz in die Knie wirklich gegangen, das hat jetzt nichts mit Alex persönlich zu tun, immer die Treffer, die du nicht kommen siehst, tun am meisten weh und da musst du Alex halt in den richtigen Momenten irgendwo auskontern, so wie das Izzy ja auch gemacht hat, wo er nicht damit gerechnet hat und boom, dann kam er und Alex hat dann manchmal auch die Angewohnheit, dann gefühlt auch wirklich wegzugucken und als er dann wieder zurückkam, boom, ist der Zweite eingeschlagen und ja, gegen Izzy ist er dann K.O. gegangen, hier gab es keinen erfolgreichen Folgetreffer für Roundtree Junior und als er dann auch Roundtree Junior mit dem Jab so weich gekocht hat, da ist Alex einfach der Killer, der er ist und ist brutal hinterhergegangen und trotz den ganzen Problemen, die er vorher hatte, sah es nicht so aus, als ob er da großartig vom Gasplan runter geht, ich glaube, die dritte Runde war ziemlich stark noch für Alex Perder und dann in der vierten Runde gab es, glaube ich, das Finish, aber korrigiert mich, ja, Runde 4, da will ich jetzt auch noch mal ganz kurz hinspringen, weil da war einfach dann Roundtree Junior, da lief er schon nur noch auf Reserve, also da hat er einfach nicht mehr, ich glaube, wäre das jetzt auch nicht ein Championship Fight gewesen, wäre eventuell Mark Gaudert auch schon früher dazwischen gegangen, da war er einfach nur noch ein Sandsack, da ist er hin und her gelaufen und fast jeder Treffer, den Alex Perder reingebracht hat, der hat da einfach Wirkung erzielt. Respekt Roundtree Junior für seine Zähigkeit, auch ein Stück weit für den Gameplan, es ist nicht einfach für einen Fighter, der körperlich so viele Nachteile hat, von der Reichweite, von der Körpergröße gegen einen so gefährlichen, guten Striker, ohne irgendwie eine Grapplingkarte ziehen zu können, mitzuhalten. Er hat seine Explosivität sehr, sehr gut eingesetzt und Alex Perder da in einigen Momenten wirklich das Leben schwer gemacht, aber weil es dann vielleicht schlussendlich auch zu eindimensional einmal war, zu wenig gekickt, zu wenig andere Möglichkeiten in Betracht gezogen und Alex dann irgendwann einfach mit seinem Jab und mit diesem Carve Kick der Schaden hat sich einfach addiert. Alex hat da früh investiert und danach seine Rendite quasi rausgezogen, wenn ich jetzt mal aus der Finanzwelt mir diesen Jargon leiden darf und das hat dann einfach Roundtree Junior runtergebrochen, schlussendlich. Da ist er ein Stück weit auseinandergefallen in Runde 3 und in Runde 4. Stark von Alex nach zwei Runden, die nicht unbedingt so gelaufen sind, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, nochmal so stark zurückzukommen, sprich definitiv auch für sein Mindset Roundtree Junior keinen Grund hier irgendwie den Kopf hängen zu lassen, hat eine starke Leistung gegen den vielleicht aktuell im MMA-Käfig besten, Schrägstrich gefährlichsten Striker so einen Fight abzuliefern und auch einfach Runden gegen Alex Prater zu gewinnen, die erste und die zweite, auch wenn Alex da natürlich definitiv auch seine Momente hat. Ich meine, wenn wir hier auch nochmal die Statistik mit reinnehmen von insgesamt, darf man sich jetzt natürlich nicht beeinflussen lassen, weil da natürlich vor allen Dingen Runde 4 mit 65 zu 16 Treffer den Löwenanteil zu beigetragen haben, aber wir sehen hier auch in Runde 1 manchmal, ich weiß nicht, also wie einige dann doch die Kriterien oder was sie dann bewerten, mehr Treffer, mehr Wirkungstreffer zumindest gezählt von Alex Prater in Runde 1, in Runde 2 ebenfalls, die Aktivität war es einfach ein bisschen, die vielleicht auch Khalil Roundtree Jr. hier ein bisschen gefehlt hat, aber es ist schwierig. Ob es jetzt nur die Höhenmeter sind, ob es einfach sein Stil ist, ob es der körperliche Nachteil ist, einen Fight so offensiv zu gestalten und selber zu führen gegen einen so großen, gefährlichen Mann wie Alex Prater ist nicht einfach. Es wird neue Herausforderungen geben für Alex Prater, ich denke mal um Anka Leif Schrägstrich Rakic, den Fight sollte Anka Leif nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber da wird es eine neue Herausforderung geben, er hat im Anschluss gesagt, Mittelgewicht spielt in seinen Plänen keine Rolle mehr, Strickland, den er als Freund und Teamkollegen bezeichnet, wird gegen Drickles Duplessis kämpfen, dem Ganzen will er nicht im Wege stehen, er wird sich dann, wenn überhaupt, ums Schwergewicht kümmern, ich denke mal, im Halbschwergewicht wartet jetzt noch ein Fight gegen Anka Leif, Schrägstrich Rakic, dann sehe ich auch aktuell keinen mehr, wo ich sage, Stand jetzt muss da unbedingt ein weiterer Fight hin, auch wenn Jamal Hill das weiterhin versucht, ist ja hier auch gegähnt aufgrund der Performance von Alex Prater, Alex im Anschluss gesagt, keine Ahnung, vielleicht ist er gerade erst aufgewacht von der UFC 300, die tauschen ihre Seitenhiebe weiter aus, aber außer Anka Leif, wer ist da jetzt so der nächste Mann, falls er seinen nächsten Fight gewinnt, wo man sagt, er muss unbedingt um den Titel kämpfen. Ich denke, dass früher oder später ein Alex Prater im Schwergewicht da unausweichlich ist. Sorry, Pass, eine großartige Card, nein, es gab durchaus ein paar Fights, die Spaß gemacht haben, Kurt McGee gegen Tim Means, Ryan Spann gegen OSP, Hernandez gegen Hubbard war gut, Almeda gegen Poterio war bizarr, aber nicht wirklich jetzt ein guter Fight, Buckley gegen Wonderboy war ein solider Fight, aber solide reicht halt nicht, gerade wenn ich zu den Amis gucke, um da, weiß ich nicht, 75 oder 80 Dollar zu bezahlen. Und auch auf der Hauptcard, also auf der Maincard, Harrison gegen Vieira, war das jetzt ein lecker bisschen, Dolizzi gegen Holland, gut, so eine Verletzung, ging früher zu Ende, Bautista gegen Aldo war ordentlich, Pannington Penner nicht wunderschön, Perder gegen Roundtree Jr., hat es gefühlt ein bisschen rausgerissen, aber MMA war für mich immer noch so ein bisschen bekannt dafür, oder die UFC, Knallercards aufzubauen, wo mehrere Highlights drauf waren, auf die man sich richtig gefreut hat und nicht ähnlich wie beim Boxen, das Ganze immer nur um diesen einen großen Fight rum zu promoten. Ich hoffe, dass es in Zukunft so bleibt, dass es weiterhin diese vielen, vielen Highlights gibt auf der Card. Gut, man kann die nur so zusammensetzen, wie die schlussendlich ausgehen, weil auch hier einige Fights, Dolizzo-Holland, Bautista gegen Jose Aldo, Buckley-Wonderboy, also die hätten ja auch nochmal anders noch viel, viel geiler auslaufen können. Auch Bautista gegen Almeida habe ich was anderes erwartet und dann würde ich hier wahrscheinlich sitzen, wenn die jetzt doch ein bisschen mehr Knalleffekt hatten. Wow, krass, super Card. So hat, glaube ich, wieder mal oder ein weiteres Mal Alex Perder der UFC den Tag gerettet. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf, bis demnächst und let's fight.